Hallo zusammen, ich bin Jan und ich bin Sarah und wir machen Ausbildung zur Koch EFZ. Mir gefällt die Vielfaltigkeit in diesem Beruf sehr, dass ich jeden Tag etwas Neues mache und somit auch jeden Tag etwas Neues lerne und jeden Tag meine Kreativität an Teilen neu ums Leben kann. Ich persönlich habe es nie bereut, dass ich mich für diesen Beruf entschieden habe. Okay, vielleicht das eine oder andere Mal dann schon, aber die Zweifel sind meist gleich verflogen. Wir sind auch zu unserem Lernen im Team gehören, den bewirbt ich jetzt und vielleicht sehen wir uns hier bald im Alterszentrum. Wir sehen uns beim Bachgraben. Ciao zusammen! Ciao! Vielen Dank.